Hallo Leute, Willkommen zum nächsten Part von Outlast. Äh, wieder mit Fabi. Hallöchen Fabi. Habe die Ehre. Und wie ihr seht, wenn ihr den vorherigen Parts hoffentlich auch gesehen habt, ist es hier alles ziemlich... Ja. Wenn ich nicht, fangt aber eins an. Los, jetzt. Ja, genau. Ne, muss es streng sein. Hier, ne? Ey, was ist hier eigentlich los? Oh, ich kann leider immer nicht so viel kommentieren jetzt gerade, weil ich will im Fabi das Spiel nicht versauen, weil er hat es ja auch. Aber ihr seht ja selber und... Ich kann auch gar nicht so viel dazu sagen, weil mich das gerade alles ziemlich... äh, flasht. Weil... wenn man... einfach dieses gesamte Spiel... mit diesem Ende vergleicht... das ist zu krass. äh, lernt wie gefällig dem Wissen sein kann. 500 Dollar! Ich war gerade beim Psychiater, das hat mich 500 Dollar gekostet. Nice. Ey, ich hab voll Batteries. Der Wahnsinn! Ich hab 500 Dollar weniger! Ich brauch doch nur Klamotten. Ich brauch doch nur Klamotten. Voll in der Park. Unterbreche die Stromversorgung. Alter, nein. Jetzt kommt schon wieder dieser abgefahrene Typ. Hast du den schon klar vorhin erst eingeschaltet? Ne, ich muss... Oh, shhhh. Oh Mann, Alter. Warum? 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 Das ist die Frage. Voll Katast! Warum? Ja, warum? Und nichts weiter. Nur warum? Das Notfallsystem ist nicht ange... Alter, ich geb dir gleich. Fack, Mann. Schnell. Schneller. Noch schneller. Lauf. Schneller. Wie PewDiePie schon sagte, er joggt und läuft nicht. Schneller. Ich brauche mich nicht. Lauf. Oh Mann, wie... Wie weit geht alles noch hoch? Das ist nicht dein Ernst. Okay, ich hab den Sprung geschafft. Oh mein Gott. Die Musik ist noch schlimmer als vorher. Echt. Danke. Danke, liebe Kontaminationstür. Danke. Ich liebe dich. Ja. Ja. Mach's. Kaputt. Ja toll. Ich fühl dich gestreichelt. Danke. Und geknuddelt. Oh fuck, Mann. Was wirst du von mir, du Arsch. Was wirst du von mir, du Arsch? Okay. Lauf. 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 Es wird immer abgefahren hier. Lauf. 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 Man. Ja, jetzt reicht's schon wieder. Oh ja! Was? Ja, und wohin entkommen? Okay, dollern. Na komm, ich meine, jetzt wird es auch noch dramatisch am Ende. Komm, das packst du schon. Geht schon. Auf geht's. Ich mag das, wenn man den Körper sieht vom Protagonisten. Und seinen Schatten. Ey, oh Gott. Ah, 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 ah. Nein. Nein. Gott, Herr, du bist ein Host. Jesus Christ! Was ist das denn? Geht's! 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 Nein. Geht's! Okay, Spiel durch! Alles klar. Geht's! Also mein... ...persönliches Feedback dazu. Ich hab, glaub ich, noch nie so'n geiles Grußenspiel gezeigt. Noch nie. Und... ...das Ende ist gewöhnungsbedürftig, bisschen abgefahren. Aber ich find's ultra geil. Also wenn ihr euch alle Teile... Oh, entschuldigung mein Handy. Wenn ihr euch alle Teile angeguckt habt, ist mir egal, kauft euch das Spiel. Und... ...super geil. Also nur zu empfehlen. Hammer. Er hat auch noch nie so oft geschrien wie ein Mädchen. Na, ist... Ja. Richtig. Ich bin auch wirklich noch nie so oft erschrocken. Und... Holt's euch das Spiel. Und... Oh mein Gott. Super. Also ich bin echt begeistert. Diese 19 Euro da. Diese geschissenen 19 Euro. Da kann man manch andere Spiele für 60 Euro in die Tonne treten. Also holt's euch das. Das ist ziemlich geil. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr bei meiner Serie zugeschaut habt. Jetzt kann ich die abschließen. Und ich hoffe, ihr guckt weiter bei mir. Und danke auch an Fabi für die mentale Unterstützung. Ja, gerne doch. Gerne doch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns irgendwo in der nächsten Serie. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Tschüss.